Neulich hatte ich Geburtstag und da kam mein lieber Mann mit so ner feinen, zart und sexy. Neulich und der Wäsche an, da ein Mensch in der Auslog, ist gar so nett und rassig geworden, so perführerisch und herzig, so ohne Dellen wunderbar. Doch ich will lieber Schokolade, keine Zwickern und Behörden, keine Dellen und Hosen, keine Dellen und Hosen, keine Dellen und Hosen. Ich probier es gerne malen kuscheln, mit einer schönen Pompadier und einer Flasche im Kreuz und Stammboß, aber kaum noch Wäsche mehr. Hin und wieder zieh ich heute um, ich hab zu lieben Stapse an, sterne Licht gibt's heute am Kerze um, so romantisch fangen wir an. Ich steu mich hin wie in der Auslog, ich fürcht so herzig bin ich nicht, die kleinen Dellen auf der Hüfte, doch die Dellen und Hosen weg. Ich will lieber Schokolade, keine Zwickern und Hosen, keine Dellen und Hosen, keine Dellen und Hosen, keine Dellen und Hosen. Ich probier es gerne malen kuscheln, mit einer schönen Pompadier und einer Flasche im Kreuz und Stammboß, aber kaum noch Wäsche mehr. Ich will lieber Schokolade, keine Zwickern und Hosen, keine Dellen und Hosen, keine Dellen und Hosen, keine Dellen und Hosen. Ich probier es gerne malen kuscheln, mit einer schönen Pompadier und einer Flasche im Kreuz und Stammboß, aber kaum noch Wäsche mehr. Ich probier es gerne malen kuscheln, mit einer Flasche im Kreuz und Stammboß, aber kaum noch Wäsche mehr. Stammboß Also Otto Schenk hat ja eine Menge Sachen niedergeschrieben, die nicht von ihm waren, ein paar auch, die er doch selber geschrieben hat. Irgendjemand hat mal gesagt, diese hat er selbst erlebt oder beobachtet, das ist natürlich ein vollkommener... Naja, beurteilen Sie es. Ein Mann findet auf der Kärtner Straße einen Pinguin. Er nimmt den Pinguin bei der Hand und geht zum nächsten Wachmann. Bitte, ich habe da einen Pinguin gefunden, was soll ich denn mit dem machen? Naja, gehen Sie mit ihm in den Zoo, sagt der Wachmann. Ach, das ist gescheit, das hätte mir aber auch selber einfallen können. Am nächsten Tag sieht der Wachmann den Mann wieder mit dem Pinguin an der Hand auf der Kärtner Straße spazieren gehen. Na sagen Sie, spricht er Ihnen an, Sie haben doch gesagt, Sie gehen mit dem Pinguin in den Zoo. Ja, da waren wir gestern, heute gehen wir ins Kino. Also ich hoffe ja, wenn... ... ...